Hallo, ich wurde vom Landgericht Ulm verurteilt, weil ich den Richter Dr. Markus Bühler herabgewürdigt habe, indem ich ihn kleiner Markus genannt habe. Und zwar in einem Video, in dem ich über die Kindheit des Dr. Markus Bühler gesprochen habe. Da frage ich mich natürlich, wäre es falsch gewesen, wenn ihn seine Mutter nach der Geburt so angesprochen hätte. Und hatte sein Vater richtig gemacht? Doktor, Doktor, Doktor. Wie war das denn bei seinem Kindergeburtstag? Dr. Markus Bühler, du hast dich an deinem sechsten Geburtstag gar nicht verändert. Du bist immer noch so groß wie bei deiner Geburt, einen Meter achtundsiebzig. Und damit ihr nicht vergesst, wie man den Dr. Markus Bühler richtig einspricht, hier der Dr. Markus Bühler Rap. Dr. Markus Bühler, one, two, three, four. Dr. Markus Bühler, Dr. Markus Bühler, Dr. Markus Bühler. Dr. Markus Bühler, 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 Dr. Markus B Untertitelung des ZDF, 2020